Bauer sucht Frau, nach Trennung von Fritz bitterer Fan-Verdacht und Vorwürfe um Julia. Kürzlich wurde die Trennung von Bauer sucht Frau International-Paar Julia und Fritz bekannt. Im Netz muss sich die Hessen nun viel Kritik gefallen lassen, und so manch ein Zuschauer hat einen bitteren Verdacht. Bauer sucht Frau International, unerwartete Trennung bei Fritz und Julia. Damit hatten die Bauer sucht Frau International-Fans nicht gerechnet. Vor wenigen Stunden gab Kandidatin Julia überraschend die Trennung von Ackerbauer-Fritz bekannt. Noch während der Dreharbeiten sah alles nach der perfekten Liebesgeschichte aus, denn Julia war als nache Kandidatin zu Fritz nach Frankreich gereist. Noch im Finale schien alles auf eine Fernbeziehung hinaus zu laufen, doch jetzt ist zwischen den beiden alles aus. Punkt Julia macht kryptische Andeutung zur Trennung, unschöne Dinge vorgefallen. Punkt Bei Instagram gab die Hessin mit kryptischen Worten das Liebesaus bekannt, ich muss euch mitteilen, dass Fritz und ich keine gemeinsame Zukunft haben und auch kein Paar sind. Ich verstehe, dass ihr wissen wollt, was los ist. Es sind unschöne Dinge vorgefallen und daher habe ich mich entschlossen, den Kontakt abzubrechen. Ich bitte aber um Verständnis, dass ich keine Details preisgeben möchte, so das Statement der Bauer sucht Frau International-Hofdame. Fiese Kommentare, die wollte halt mal ins Fernsehen. Punkt Auch auf dem offiziellen Account der RTL-Show wurde die Trennung von Fritz und Julia verkündet, und unter dem Posting muss sich die Blondine viele Spekulationen gefallen lassen, immerhin schon 3000 Follower. Schön weitermachen, Omen, warum müssen alle erst den Weg zum TV suchen? Lautet beispielsweise ein fieser Kommentar. Die wollte halt mal ins Fernsehen. Das weiß man vorher, wenn man sich bewirbt, dass man umzieht, schreibt eine andere Userin. Punkt Andere werfen Julia vor, dass sie sich überhaupt erst bei Bauer sucht Frau International beworben hatte, wieso bewirbt man sich bei jemandem, der hunderte Kilometer weg wohnt? Der arme Kerl hat sich große Hoffnungen gemacht, mein eine Zuschauerin. Punkt Andere schreiben, wie traurig, aber leider habe ich es schon die ganze Zeit vermutet. Wenn man sich das Auswandern nicht vorstellen kann, warum bewirbt man sich dann? Oder schade, aber sie möchte nicht aus ihrer Heimat. Punkt, dass Julia deutlich gemacht hatte, dass zwischen ihr und Fritz etwas vorgefallen war, davon scheinen viele der Bauer sucht Frau International Fans nicht viel wissen zu wollen. Punkt Wie es um die restlichen Bauer sucht Frau International Paare steht, erfährst du in unserer großen Staffel Bilanz. Punktved geht's an vielen Dank.